hallo und herzlich willkommen zurück zu little crusaders auf der kanal mit dalo maro kaputt sekund dran und kliere alex hallo schwein wo ist nie das schwein aber anschleichen da war zu lange abend da war gar nicht aufgehüpft bei mir warst du nicht mit arbeit weg ein meter weit weg also jetzt ist es schnell sein das ist ja eh klar ich kann nicht gar nichts das weißen was er ja ja was hast du mal für er oder erst schwanz wackeln das kann auch noch was kann ja alles ist das furchtbar da du kommt dann hierher sieg schwein da du sieg schwein ich glaube ich habe angst von dir die bobo aber nicht ich also du hast doch unten links die fähigkeiten die werden dir doch angezeigt ja richtig fliegen schreien aber er ist auch dabei so habe ich genau er ist irgendwie schwanz wackeln wenn man das macht das gefällt mir macht mehr drauf das ist wohl schwer als dachler ja ja das ist ja auch absicht machen also ja prinzipiell schon aber doch da traue ich mich gar nicht derzeit also als überlebende ist ja eigentlich der sinn halt ihn so aufzutöten und zu sterben weil wenn du stirbst wirst ja wieder degradiert und ich will gerne wissen was so der finale rang ist also ob man gewinnen kann kundran ich glaube ich glaube wirklich dass der sinn ist dass du nicht alle machen ich glaube wirklich dass der sinn ist dass du nicht hat mich gestunnt die sauer du musst erst mal hinter dass ein überlebender gewinnt das ist so das was das ziel ist wird jetzt im drachenslayer befördert worden glaube ich ich bin ich blau aber hier hallo salutiert gefälligst von mir hier salutiert von mir ich bin zu fett ich bin zu fett schwein was war das jetzt da hat mich schnappoliert ja ja ich bin zu fett schwein nein wo ich hinfliege sieg weg ist snacked ey ha try harder ah du bist auf mich rauf gesprungen ja oh man ich wollte auch mal poken nein der ritter hat es gemacht das waren die meisten keelze glaube ich bin ich jetzt oh drachenslayer aber ich will drache doch ich will drache sein ich will drache sein ich nehme auf mal ich will auch drache sein gibt es hier etwas zum aufheben vielleicht wieder so ein baukopf hier ist ein PlayStation controller ahhh zick schwein der ist ein PS der ist ein PlayStation controller ich will körperlich ab hhhhh steakschwein uhhhh lass mich in Ruhe oh das war gemein ich habe doch nur ein Stickstar nein ich bin doch da aber Rize the dragon ride the dragon G,la, G,la Aaaaaaah oh leid, ich willst du drachen Rache Rodeo Rade ist dein Drache die Drache steakschwein die drachen werden kapuze reiten ja ich will ja auch ja ich alles wenn wir ich bin weißer ridder alex ihr habt respekt das hat mich auf dich drauf bitte das nicht auf dich drauf ich hoffe alex bitte und nirgendwo oh no ich wurde gestompt zu fett du bist zu fett wir müssen jetzt zusammen arbeiten wer? ich bin auch noch da wo seid ihr alle? ja cool wir müssen es schaffen was ist los? du fangst du fangst ach komm ich fangst mein arm war zu kurz burp is the bird da ist der bird ich hab ihn was mach ich mit ihm oh alex hat das gewinnen wow was mach ich mit den scheiß drachen birdy wirf ihm nie mal den kopf das hab ich probiert aber dann hat der schon meint nämlich absolut gar nichts wer wirds machen alex machen wow wow der erste drachensieger aber irgendwas muss der bird doch machen außer das monster sozusagen zu finden weil das monster weiß doch jeder wo es ist ja das weiß ja vielleicht kann man die fähigkeiten einsetzen der daloo ist der drachenlord oh nein wie kann man denn wo ist dieser bird der kommt an der zeit ah der drachentöter ich bin gekommen um dich auszuschalten ah oh innerluft ja ich bin erstmal vom drachen salutieren siegschwein weißt was der daloo gerne sagt beim drachen daloo ist ein bauch kreuzes mager jetzt kommt der bird passt auf den wurf des drachen auch er hat eine komische form musst du vorsichtig sein da hinten ist er ich hab ihn gesupportet wie kann ich ihn fliegen also ich bin der drachenwurm wuff 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 und jump vor dir verräter unter dir ah und ich hab wieder gestompt oh mann ich bin einfach zu graziert die größte die größte glatte in jetzt bist er hat sich letztes mal beschwert der drachenlord wehern wehern wo ist das da hat er sich abgeschaut wehern aber hier bin ich ja man kann das Hör doch mal jetzt auf hier rum zu schreien, du komische Figur. Du komische Figur. Fias, du bist ja noch abgeschnackt von da oben. Du warst ja noch. Abgeschnackt. Doch, ich war schon unten bei mir. Ach, träum weiter. Echt? Ich stand schon unten. Du bist in der Luft gewesen. Ja, richtig. Du warst von oben. Nein. Ach, Shiro, die hat kleiner sich angeschlichen. Ich weiß, wie man Dallokats Knöpfe drückt. Was? Ich weiß auch, wo ich den Alex sah. Oh mein Gott. Oh, der ist ein Bösenwurm. 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 Ich habe erstmal alles untergeworfen gerade. Der böse Drachenwurm. Hinter dir, hinter dir! Hast du mir gedacht, ich fall drauf rein? Ja. Der große, böse, kleine Wurm. Der große, böse, kleine Wurm. Der D-Swing. Wieso habe ich den nicht drücken können? Weil ich der Deathwing bin. Oh. Du bist weg. War wohl nix Slayer. Alles Deathwing Slayer. Ja, ich wollte. Deathwing mit Doppel S. Aber ich finde, ihr zeugt nicht den Respekt, den ich mir verdiene. Also jetzt reißt sich mal am Riemen. Dexel hier von wieder nacheim. Dexel hier. Hier ist er. Ich bin woanders gespawnt als so. Dexel hier. Gehst du weg? Wo ist denn Dexel hier? Da hinten. Bei mir. Das ist ein Murmeltier. Ist das der Alex? Ah ja. Kein Problem. Dix Wein. Da oben sitzt ein fettes Murmeltier. Das müssen wir einschliffern. Wie viel der schreit. Das Kari ist Alex. Alex, ich komme jetzt um dich zu slayen. Oh, nee. Nein, 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 nein. Ach, hast du ja kaum kommt der Kapuze, hat einem mit dem Schwanz gewählt. Oh, nein, nein, nein. Das ist ein Verständnis. Oh, oh, da hat sie erwischt. Oh, ich bin gekommen um mich zu slayen. Oh, das ist ein mächtiger Knopfdrücker. Oh, ich war doch am Knopf. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Nein! Wer reitet hier auf mir? Ah, das war ein Kopfschon! Da hätte ich noch einen haben können. Ja, ich war auch wieder mit der Hand. Der Alex! Ja, aber da war einer Drache. Der Alex kennt ja immer die ganze... Ich bin ein echter Drache. Wo ist der Klerer Drache? Wo ist der Klerer Drache? Ja, ich glaub auch. Wo ist der denn? Wo ist denn das... Der Klerer, der Schigo Drache, den sieht man nicht. Ah, nein! Was? Oh, Mann! Das redet immer schon. Hey! Man kann auf dem Xylophon rumlaufen. Aufs Xylophon! Auf dem Xylophon! Wo ist das Xylophon? Der Ecke! Ich will auch Xylophonieren! Nach Hause Xylophonieren! Wer ist denn da unten, der kleine Bobble? Nein, nein! Oh, wie schön! Der Drache, ich bin's! Scheid auf den Drachen, ey! Wir lachen hier blöd! Ist das ja blöd? Ich bin die Gefahr! Ich, da komm ich eben runter! Oh, der böse Wurm ist da! Ne, 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 ne! Ah! Kaput! Kaput! Dicke Knopfbeine! Xylophon! 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 Das ist ja lustig! Der böse Drache und gleich spielen die mit dem Kinderspiel. Xylophon! Oh! Dalu Cord! Keine Gefahr! Xylophon! Xylophon! Rechts hinten! Rechts hinten! Das war viel mehr Spaß! Also ich finde, da geht überhaupt keine Gefahr aus von dem Murmeltier dahinten. Kein Problem! Ich spiel noch ein Lied! Tipi tipi tipi! Nein! Geh weg! Gunnar, kannst du, äh... Gunnar, kannst du mich an das Lied erinnern, was ich... Komm schon, komm schon, komm schon! Ich bin so was verdraut! Nein! Das hab ich beim ersten Date gespielt, weißt du? Nimm mal! Lass mich in Ruhe! Lass mich hinein! Lass mich hinein! Ja, 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 wer ist das? Ich war gestunnt von... Komm schon! Ich war sowas von... Hallo! Ich bin gekommen, um dich zu slayen. Hä? Du hast meine Kameraden am Morgenbett. Oh, da war doch jemand... Ich war drauf, aber ich wurde dann weggeschnippt. Kondra! Du gehst von links, ich geh von rechts, okay? Hi! Kondra! Das war weg, guck mal. Gehen wir, ob wir Geister auch ein Slipo Musik machen können? Wie springt man denn als Geister? Wie springt man denn als Geister? Wie guckt man halt nicht hoch? In der Kasse gedrückt halten. In der Kasse gedrückt halten. Aua, er ist auf mich draufgetreten! Wir haben das auch geschafft. Ich würd' sagen, es war ne super Runde. Telefon! Der Download geworden, wie kann das schon passieren? Eiskalt, ey. Das war letzte Runde. Abwack, abwack! Wir haben das. Dann schau morgen wieder vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Adios! Tschüss!